Der Tempolimit-Assistent wird über das Multifunktions-Display ein- bzw. ausgeschaltet. Das System erkennt Temposchilder blitzschnell und erinnert den Fahrer visuell an das aktuelle Geschwindigkeitslimit. Sollte die zulässige Geschwindigkeit überschritten sein, so erscheinen entsprechende Warnhinweise. Ist der Geschwindigkeitsbegrenzer aktiviert, so kann die eingestellte Höchstgeschwindigkeit durch die vom Tempolimit-Assistenten erkannte Geschwindigkeit angepasst werden.